Was ist das Gleichnis von den törichten und klugen Jungfrauen? Das Gleichnis von den törichten und klugen Jungfrauen, so wird es in der Lutherbibel ja gerne überschrieben. Jesus, das glauben wir, deshalb sind wir Christen, möchte uns Leben im Vollsinn schenken. Er lädt uns ein, zu ihm zu gehören, mit ihm zu leben. Und dieser Text, der mahnt uns dazu, der erinnert uns daran, der hinterfragt uns, wie das ist mit diesem Leben, mit ihm. Das klingt ernst, wir haben das gehört. Die klugen und die törichten Jungfrauen, die einen, die dann zum Hochzeitsfest gehen dürfen, das ist ein Gleichnis, das ist das Reich Gottes meint, die anderen, die draußen vor der Tür bleiben. Es gibt Scheidungen, heißt es hier, zwischen denen, die drin sind und draußen. Es gibt einen zu spät. Und was das mit mir und meinem Alltag zu tun hat, das will uns dieser Text zusagen. Zunächst einmal machen wir uns mal die Situation klar. Ich habe gedacht, ich mache mal mit Lampen weiter. Letzte Woche habe ich ja auch über Lampen geredet, ja. Und da kommen ja auch Lampen drin vor. Und was war das damals für eine Situation? Die warten auf den Bräutigam, wir können uns darunter gar nicht so groß was vorstellen. Aber es war damals, wie bei allen Gleichnissen Jesu, eine Alltagssituation. Also ein Alltag vielleicht nicht gerade, Hochzeit ist nicht Alltag, aber etwas, was absolut üblich war. Und zwar, wann heiratet man hierzulande? Meistens um 14 oder 15 Uhr oder sowas, ja. Und wie das in Israel, da heiratet man nach Sonnenuntergang. Erstmal war das Tagwerk dann getan. Und zweitens war es kühler, man konnte ein bisschen feiern dann. Und dann war es so, dass die Hochzeit stattfand. Deshalb sage ich immer, Hochzeit ist etwas Öffentlich-Rechtliches. So war es in Israel auch, ja. Das fängt bei uns sozusagen am Standesamt an. Die Kirche, die betet dann für die bestehende Ehe. Und so war es damals auch. Es war etwas Öffentlich-Rechtliches. Die Hochzeit fand statt, in dem der Bräutigam in feierlichem Zug zum Haus des Brautvaters zog, dort die Braut sozusagen abholte und sein Haus brachte. Das geschah ganz öffentlich. Und das war die Hochzeitszeremonie damals, sozusagen das Standesamt. Und da gab es natürlich einen fröhlichen Zug. Dann gab es viele von diesen Lampen, die ich letzte Woche schon beschrieben habe, so kleine Flämmchen dann. Und wenn man dann 10 und vielleicht 20 und 30 dabei hat, wird sogar mal ein bisschen heller nachts dann, ja. Und dieser Zug, der begleitet den Bräutigam zum Haus der Braut, um die Braut dort abzuholen. Es wurde Musik gespielt, es wurde ein bisschen getanzt dabei. Es war eine ganz fröhliche Angelegenheit. Die Braut wird heimgeholt. Und dann gibt es eben diese Brautjungfern, die zusätzlich zu allen anderen, die vielleicht auch ein paar Lampen hatten, eben dann diese Braut besonders begleiteten. Die warteten am Haus der Braut, auf den Bräutigam, dass sie die Braut holen soll. Und dann auch mitzufeiern im Haus des Bräutigams. Frauen, verzeiht mir das, ihr Schwestern, waren damals der Besitz erst des Vaters, daher des Ehemanns. Und von daher war der Heimholung in das Haus des Bräutigams sozusagen dann auch die Besitzübernahme dann. Der Bräutigam war nun verantwortlich für seine Frau auch dann, ja. Und in diesem Sinne geschah damals die Hochzeit. Und die Braut gehörte nun zum Haus des Bräutigams. Dort wurde dann gefeiert. Dieses Bild ist es, was wir am Anfang hier haben an diesem Gleichnis. Und nun muss man wissen, dass in der Bibel schon im Alten Testament Hochzeit immer wieder einmal gebraucht wird als Bild für die Vereinigung Gottes mit seinem Volk. Schon im Alten Testament sagen die Propheten, dass Yahweh, dass Gott sein Volk wie ein Bräutigam begegnen will, dass Israel wie eine Braut ist ihm, dem der Bräutigam Liebe zuteil ist. Hier geht es nun im Neuen Testament darum, dass Jesus die Gemeinde, die Braut, holt in sein Haus, eben das ewige Haus Gottes, in das ewige Reich. Es geht also um das, was wir auch in unserem Bekenntnis beim Abendmahl haben. Christus ist gestorben, Christus ist auferstanden, Christus kommt wieder. Darum geht es. Er kommt wieder. Und er wird die Gemeinde in sein Reich, in sein Haus holen. Nun, in diesem Gleichnis geschieht nur etwas Ungewöhnliches. Der Bräutigam lässt auf sich warten. Der Bräutigam lässt auf sich warten. Normalerweise hätte es dem Bräutigam ja wohl eilig, dann die Braut möglichst schnell heimzuholen. Ja, kaum die Sonne untergegangen ist, schnell, schnell. Aber hier wartet er. Und das ist ein Gleichnis dafür, dass die Menschen damals dann die Erfahrung machten, dass Jesus eben nicht nach ein paar Monaten wiederkam. Und ja ein paar Jahren. Das Matthäusevangelium wurde ja schon gut 30, 40 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung geschrieben. Und Jesus war immer noch nicht wiedergekommen. Und die leben heute im Jahr 2011. Und immer noch wartet die Gemeinde auf die Wiederkunft. Von dort wird er kommen, so richten die Lebenden und die Toten, sagen wir im Glaubensbekenntnis. Die Zeit bis da ist länger, als die Menschen damals im Neuen Testamentliche Zeiten erwartet hatten. Und dieses Warten der Brautjungfern hier ist also ein Warten in dieser Welt. Es geht um die Zeit in dieser Welt, also um unser Leben. Wie leben wir? Die Brautjungfern, das sind wir, die Gemeinde. Und das Warten auf den Bräutigam, das geschieht heute Abend zum Beispiel. Das geschieht morgen, falls der Herr heute Nacht nicht wiederkommt. Oder das geschah gestern. Wie wir leben. Unser Leben ist diese Wartezeit. Oder es ist so, dass wir leben sollen in der Erwartung unseres Herrn. Einerseits so, als käme er morgen wieder. Andererseits aber auch bereit sein, dass er vielleicht erst in 10.000 Jahren wiederkommt. Wir wissen es nicht. Manche Christen, die mich auch schon begegnen, versäumen das heute, weil sie nur auf das Morgen gucken. Jetzt ist nur die Wiederkunft wichtig. Denn hinweg, du böse Welt, da verschanzen wir uns vor allem und warten, bis der Herr wiederkommt. Aber wir wissen es nicht. Es kann ja sein, dass Jesus erst noch lange, lange weg bleibt, nicht mehr zu unseren Lebzeiten ist. Wer aber das heute versäumt, wird am Morgen schuldig. Das sagt uns dieses Gleichnis. Wenn die Lampen sozusagen ausgehen, heute nicht brennen, dann können sie auch morgen, wenn der Herr wiederkommt, wenn der Bräutigam kommt, nicht brennen. Denn eines ist klar, im Gleichnis hier. Die Lampen sollen brennen. Wir müssen uns klar machen, man hat damals nicht einfach Streichhölzer gehabt, wohin heißt es, Sören, du bist traurig, mach mal die Kerzen an. Und der Sören hat sein Feuerzeug rausgeholt und knips, knips und die Kerzen brannten. So was gab es damals nicht. Man hatte Feuer im Haus und hütete es sorgfältig, es ja nicht ausgehen, denn wenn man es ausgehen muss, muss man irgendwo anders sich Feuer besorgen. Und so war es auch bei den Bräutigamten, bei den Lampen hier, für die Bräutigamten, wenn die ausgegangen waren, war es schwierig, sie wieder anzumachen. Muss man wohl andere Lampe anzünden oder wie auch immer dann. Die Lampen sollen brennen. Die Lampen sollen brennen, auch während der Wartezeit. Es ist also falsch zu sagen, es kommt nicht auf die Wartezeit an. Wir warten ja auf den neuen Himmel und die neue Erde. Nur auf die Hochzeit kommt es an. Nein, das sagt uns dieses Wort hier. Ohne die Wartezeit, ohne die richtig genutzte Wartezeit, wird es keine Hochzeitsfeier geben, für den, die diese Wartezeit versäumt. Die Lampen brennen immer. Klar, sie brennen immer für den Bräutigam. Auch wenn er gar nicht da ist, sozusagen. Auch wenn er auf sich warten lässt. Interessant ist ja hier, dass alle einschlafen. Die Klugen und die Törichten, die Dummen, Törichten ist ja auch ein altes Wort, die schlafen alle ein. Und es ist darin, dass Jesus gar kein Problem damit hat, dass wir nicht immer jeden Morgen denken, ach, wenn der Herr heute wieder käme und ach, wie schön ist das und so weiter. Ständig nur morgens aufstehen mit der Wiederkunftsgedanken im Hinterkopf. Das mag uns mal besonders nah sein, wenn es vielleicht mal besonders dreckig geht. Ich meine, Jesu in Bedrängnis hat immer viel von der Wiederkunft gepredigt. Das war schon so. In unserem Land ist es manchmal so, wie Herr Manfred Siebel sagt, wir beten laut, ja komm doch wieder und denken leise, jetzt bloß noch nicht, ich habe noch das und das zu erledigen. Aber Jesus hat damit gar nicht das große Problem. Alle schlafen ein, alle fangen an, schläfrig zu werden während der Wartezeit und das heißt, sie sind nicht mehr fixiert auf das Kommen des Bräutigams. Und das tadelt Jesus hier nicht. Es ist kein Tadel für ein normales Leben in dieser Welt mit seinen Freuden und Leiden, mit seinem Ernst, mit seinen schönen Seiten. Kein Tadel für ein Leben mit einer Lebensgestaltung hier, mit den Freuden an dieser Welt, mit der Schönheit dieser Welt. Es ist kein Tadel, dass Menschen sich hier wohlfühlen. Überhaupt nicht. Kein Tadel an vielen kleinen Träumen und Hoffnungen, die wir haben und den großen Träumen und Hoffnungen, die manchmal erfüllen und manchmal zerplatzen. Alle nicken ein. Alle schlafen ein. Seit der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Aber die Lampen müssen brennen. Das heißt, auch wenn Menschen nicht so vollkommen fixiert sind auf die Wiederkunft. Und Hand aufs Herz, wer von euch hat denn heute schon an Wiederkunft gedacht? Keiner, gell? Ist das schlimm? Nö. Das Wichtige ist, die Lampen sollen brennen. Das heißt, dass diese Hoffnung, Jesus kommt wieder, die wir auch im Abendmahlsliturgie hier jedes Mal haben, dass die irgendwo in uns schon lebendig ist. Auch wenn vielleicht im Hintergrund, ja? Dass sie immer noch da ist. Ich bin fasziniert bei meinem Computer, wenn der im Hintergrund irgendwas noch macht dann, ja? Das merke ich gar nicht. Und so soll im Hintergrund so irgendwas da immer noch bei mir sein, ja, Jesus kommt ja wieder. Auch wenn ich vielleicht gar nicht so direkt daran denke. Die Lampen müssen brennen. Denn wenn sie ausgehen, dann können wir nicht mehr Brautjungfer, nicht mehr Jünger Jesu sein. Und dann haben wir keinen Zugang zur Hochzeitsfeier und zum Reich Gottes. Dann haben wir jetzt zwei Fragen. Erstens, ja, im Himmelswillen, wie lange soll das denn noch dauern, bis der Herr wiederkommt? Herr, wie lange denn noch? Und zweitens, das ist eine heiße Frage, was ist eigentlich dieses Öl in der Lampe im Gleichnis? Was bedeutet das eigentlich? Was heißt, dass die Lampen brennen sollen? Nein. Nun, wie lange noch? Einmal, ganz klar, keiner weiß es. Außer ein paar Spezialisten, die irgendwelche Bibelcodes geknackt haben und ganz vollst überzeugt sind, an dem und Tag der Herr wiederkommt. Und sie verlauben das bis zu dem Tag, wenn der Herr dann nicht wiederkommt und es wieder jemand sich getäuscht hat. Ich glaube, es sind Tausende, die genau wussten, wann der Herr wiederkommt und der kam dann doch nicht. Warum? Weil Jesus gesagt hat, es geht euch gar nichts an. Es klingt ein bisschen vornehmer, wenn in der Bibel heißt, gebührt euch nicht zu wissen, Zeit und Stunde, ja? Einfach auf Hochdeutsch übersetzt heißt, es geht euch in feuchten Kehricht an. Es geht euch nichts an, wann die Wiederkunft ist. Jesus hat gelebt vor fast, ja vor 2000 Jahren. Vor fast 2000 Jahren ist am Kreuz gestorben und auferstanden. Wie lange müssen wir warten? Wer von euch wartet schon 2000 Jahre? Keiner, gell? Heißt, unsere Wartezeit beträgt höchstens eine Lebenszeit. Wir warten höchst an Lebenszeit, denn wenn wir sterben, ist für uns der Tag des jüngsten Gerichts da. Dann stehen wir vor dem Thron Gottes. Und ob wir nun am Tag der Wiederkunft des Herrn zu ihm gerufen werden oder am Tag unseres Todes, ist jetzt sicherlich der Unterschied. Das Warten auf ihn ist das Warten auf das Treten vor dem Thron Gottes. Entweder am Tag der Wiederkunft oder am Tag unseres Todes. Für die allermeisten Christen, die einmal das Reich Gottes bevölkern werden, wird der Tod, nicht die Wiederkunft Jesus, sondern der Tod, der Moment des jüngsten Gerichtes sein. Auch das ist normalerweise nicht berechenbar. Keiner von uns weiß, wer heute in einem Jahr an dem Gottesdienst nicht mehr unter uns sein wird und diese Welt bereits verlassen hat. Keiner von uns weiß das. Auch da gilt, und es ist ja gut, dass wir es nicht wissen, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit nur Stunde. Sicher, Menschen können manchmal schwer krank sein und wissen, meine Lebenszeit ist sehr begrenzt. Aber letztlich weiß es keiner. Leere uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden, heißt es im Psalm 90. Und ich habe es mal aus der katholischen Liturgie geklaut, muss ich ehrlich sagen. Bei Eerdigungen habe ich am Grab, beim Abschlussgebet, immer die Zeile drin, und Herr, segne vor allen Dingen denjenige oder diejenige unter uns, den oder die du als nächstes aus dieser Welt in dein Reich rufen wirst. Da habe ich manchmal schon gehört, da Leute mir nachher gesagt haben, oh, da bin ich richtig erschrocken. Bin ich es vielleicht? Ja, bin ich es vielleicht? Es ist so. Wer von uns wird der Nächste sein? Hier unter uns. Wer wird der Nächste sein, die diese Welt verlässt? Können wir das sagen? Nein, können wir nicht. Das kann auch Wochen, Monate, Jahre dauern. Das kann aber auch heute Nacht sein. Keiner weiß es. Aber bereit sein, vor seinen Thron zu treten, sollen wir die Lampen brennen lassen. Jesus mahnt zur Bereitschaft, vor ihn zu treten. Sei es, dass wir bereit sind für seine Wiederkunft, sei es, dass wir bereit sind, auch für den Moment, dass wir diese Welt verlassen müssen. Und keiner weiß, wann das eine oder das andere geschieht. Das Ernst dieses Textes heißt, wie auch immer, es gibt einen zu spät. Es gibt einen zu spät. Aber jetzt ist es noch nicht zu spät. Sonst würde dieser Text nicht in der Bibel stehen. Jetzt ist es noch nicht zu spät, denn sonst würde Jesus nicht mit uns reden. So, das einmal ist wie lange noch. Und zweitens nun die Gretchenfrage, die 1-Million-Euro-Frage, was ist denn auch eigentlich das Öl in der Lampe im Gleichnis? Das Formel Leben, jeden Tag eine gute Tat, möglichst alles getan haben, was der Herr von mir verlangt oder verlangen könnte, dem Herrn gedient, das ohne Furcht und Tadel oder was. Man ist schnell bei solchen Gedanken. Sehr schnell. Aber machen wir uns doch mal klar, was eigentlich die Grundlage unseres Glaubens ist. Eines der wichtigsten Verse ist für mich da aus dem Römerbrief, wir werden gerecht allein aus dem Glauben, ohne die Werke der Verpflichtung des Gesetzes. Das ist auch die evangelische Wiederentdeckung des Evangeliums gewesen durch Martin Luther. Sola fide, allein durch den Glauben. Sola gratia, allein durch die Gnade. Was also ist gemeint mit diesem Öl? Im Gleichnis brennt die Lampe für die Hochzeit, für das Reich Gottes. Nicht, um die Wartezeit zu erhellen. Und dennoch tut sie es. Das heißt, sie brennt für das Reich Gottes und erleuchtet damit trotzdem die Wartezeit, nämlich dieses Leben. Die Bereitschaft ist also nicht ein bestimmter Grad an christlicher Vollkommenheit und an tollen Werken, sondern die Bereitschaft heißt, ich bin eingestellt, orientiert auf das Fest Jesu. Ob immer ganz bewusst, oder im Hintergrund, ist eine andere Frage, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich mir beim Leben und Sterben auf Christus vertraue. Eben auf dieses Sola gratia, Sola fide. Allein durch die Gnade, allein durch den Glauben. Das Öl sind nicht die Taten, sondern der Glauben, das Vertrauen auf Christus allein. Daran entscheidet es sich, ob eine Lampe eine brennende Lampe ist oder nicht. Die tollsten Taten, ohne dieses Vertrauen getan, sind eine tote Lampe, die nicht brennt. Die Lampe brennt, wenn ich auf Christus vertraue. Dann leuchtet sie und dann wird sie auch, der Glaube auch wieder in der Liebe tätig. Dann geht es auch doch wieder um die Taten, aber nicht als Voraussetzung dafür, dass wir sozusagen zum Bräutigam gehören dürfen, sondern als Folge. Ein Christ handelt so und so und so und so nicht um Christ zu sein, sondern weil er Christ ist. Und das ist ganz entscheidender Unterschied. Wir handeln als Christen nicht um Christ zu sein, sondern weil wir Christen sind. Wenn ich euch jetzt sehe da, dann ist ja so, dass ihr einander Gutes tut, nicht damit der andere Partner ist, sondern weil er es ist. Stimmt's? Oder? Genauso ist es auch im Glauben. Wir handeln als Christen nicht um Christen zu sein, nicht um zu Christus zu gehören, sondern weil wir zu ihm gehören. Das ist ja ganz wichtig. Und weil wir zu Christus gehören, weil wir auf jeden Fall trauen, brennen die Lampen. Und diese Helligkeit erleuchtet diese Welt und steht dann auch für die Taten, die dann Christen wieder tun, weil sie zu Christus gehören. Wo Christen sind, leuchtet etwas auf auf dem Glanz des letzten Festes im ewigen Reich Gottes. Leuchtet etwas auf vom Reich Gottes in dieser Welt. Wer nur auf was morgen starrt, dessen Lampe leuchtet nicht zu der Zeit, wenn der Bräutigam kommt. Wer meint, ihr müsst ein frommes Leben führen, wird es erleben, dass Jesus einmal zu ihm sagt, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wer meint, wer meint, ein frommes Leben zu führen, vermischt das reine Öl des Glaubens mit dem Wasser der Gesetzlichkeit. Es geht darum, die Lampen brennen zu lassen für das Reich Gottes. Und dann geschieht es, dass das auch in dieser Welt leuchtet, einfach weil sie brennen, aus dem Glauben und das Reich Gottes hin. Ob ich auf Christus vertraue, daran entscheidet es sich dann, ob ich in diesem Fest der Ewigkeit teilnehme oder vor einer verschlossenen Tür stehe und hören muss, ich habe dich nicht, ich kenne dich nicht. Und schließen möchte ich darum mit einem Zitat von Martin Luther, der es zusammengefasst hat. Das Leuchten aus dem Glauben, das dann sozusagen auch diese Welt erleuchtet und christliches Handeln sein kann und Reich Gottes dieser Welt aufleuchten lässt, nicht um zu Christ zu gehören, sondern weil, er sagt, darum sehe ein jeglicher, dass er diese zwei zusammen hat. Das Öl, das ist der Recht, das Recht Vertrauen und Glauben in Christum. Und die Lampe, das Gefäß, das sozusagen das Öl leuchten lässt, das ist die auswendige Dienstbarschaft gegen deinen Nächsten. Öl des Glaubens. So meistern wir die Ölkrise, die hier beschrieben ist. Öl des Glaubens, in dem wir auf Christus vertrauen, in unserem ganzen Leben und Sterben, in unseren Zweifeln und Anfechtungen. Es gibt eine Situation, wo ich sage, Herr, ich kann gar nichts mehr glauben, ich kann einfach nur mich an die festklammern. Ist das Christus so im Glaube besser gefällt, als wenn manche, manchmal Leute vor Selbstbewusstsein, wo Christen sich nicht mehr laufen können? Dann vertrauen sie vielmehr auf Christus. Das Öl des Glaubens auf Christus allein, die Lampen leuchten lässt für Jesus. Und das mitten in dieser Welt, so der Glanz des Reiches Gottes, das auch in dieser Welt aufleuchtet, wo Christen aus diesem Öl des Glaubens anfangen zu leuchten. Und dann sind wir in der richtigen Wartezeit. Dann brennen unsere Lampen. Dann ist doch nicht schlimm, wenn wir ein Nickerchen halten, im Hinblick darauf, dass wir die Wiederkunft unseres Herrn mal nicht so ganz im Blick haben. Das ist gar nicht schlimm. Aber die Grundhoffnung, der Vertrauen auf das kommende Reich Gottes, das lässt uns leuchten. Und lässt uns leuchten mitten in dieser Welt. Amen.